Musik Dieses Projekt der Bibliothek ist geeignet für alle Altersgruppen. Jeder kann daran teilnehmen und wir designen es je nach Bedarf. Musik Mit den digitalen Tools können die Teilnehmer selbstständig arbeiten und können sehr kreativ sein. Musik Es tut mir die Möglichkeit, zu verstehen, wie eine Sprache ist, mit der anderen Sprache. Musik Die kleinen Gruppen recherchieren mit Hilfe der iPads und des aktuellen Bibliotheks bestandes. Musik Die iPads geben einem viel mehr Möglichkeiten und die Teilnehmer können ihre Produkte am Ende elektronisch mit nach Hause nehmen. Sie können sie verwenden und sie können sie auch herzeigen. Musik 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 Musik